Bhagavad Gita, Vers 3.9 Man muss seine Arbeit Vishnu als Opfer darbringen, denn sonst wird man durch sie an die materielle Welt gebunden. O Sohn Kuntis, erfülle daher deine vorgeschriebenen Pflichten zu seiner Zufriedenstellung. Auf diese Weise wirst du immer unangehaftet und frei von jeder Fessel bleiben. Erklärung Man muss sogar für die einfache Versorgung des Körpers arbeiten. Deshalb muss ein Mensch entsprechend seiner sozialen Stellung und seinen Eigenschaften bestimmte Pflichten erfüllen, sodass er seinen Körper erhalten kann. Yagya bedeutet Sri Vishnu bzw. Opferdarbringungen. Alle Opferdarbringungen sind für die Zufriedenstellung Sri Vishnus bestimmt. Die Veden bestätigen dies. Yagyo-vai Vishnu Ob man nun die vorgeschriebenen Yagyas ausführt oder Sri Vishnu direkt dient, es wird der gleiche Zweck erfüllt. Krishna-Bewusstsein bedeutet daher die Ausführung von Yagya. Auch die Varen-Ashram-Einrichtung hat das Ziel, Vishnu zufriedenzustellen. Varen-Ashram-Ajara-Vata-Puru-Shena-Padaha-Puman-Vishnur-Arad-Yate-Vishnu-Purana 3.8.8 Deshalb muss man für die Zufriedenstellung Vishnus arbeiten. Jede andere Arbeit, die in der materiellen Welt verrichtet wird, ist die Ursache für Bindung. Denn sowohl gute als auch schlechte Handlungen bringen Reaktionen mit sich und jede Reaktion fesselt den Handelnden. Daher muss man im Krishna-Bewusstsein handeln, um Krishna oder Vishnu zufriedenzustellen. Wenn man sich in diesen Aktivitäten beschäftigt, befindet man sich auf der Stufe der Befreiung. Das ist die große Kunst des Handelns. Am Anfang erfordert dieser Vorgang eine kundige Führung und daher sollte man sehr besonnen handeln und sich entweder von einem geweihten Shri Krishnas führen lassen oder direkt den Unterweisungen Shri Krishnas folgen. Arjuna hatte die Gelegenheit dazu. Nichts sollte getan werden, um die eigenen Sinne zu befriedigen. Vielmehr sollte alles getan werden, um Krishna zufriedenzustellen. Diese Handlungsweise wird einen Menschen nicht nur vor den Reaktionen bewahren, die auf seine Handlungen folgen, sondern auch allmählich auf die Ebene des transzentralen, liebevollen Dienens für den Herrn erheben. Nur durch hingebungsvolles Dienen kann man in das Königreich Gottes zurückkehren.